Wir haben aber noch eine zweite Keynote und zwar von Harry Otto, er ist Geschäftsführer der Werbe-Digitalagentur Boom und ich habe ihn gefragt, was ist denn so gerade dein Thema mit Dialog oder Konflikt und er sagte mir, naja früher war es so eine Marke, da gab es einen Satz und den hat man einfach immer wiederholt und heute sind wir mit einer Marke im Dialog, sie muss jedem im Unternehmen präsent sein, jeder muss auf eine Art diese Marke immer wieder als Haltung auch vermitteln können und diese Perspektive finde ich sehr spannend und darum bin ich sehr froh, dass du jetzt da bist und uns glaube ich viele schöne Bilder auch mitbringst. Hallo, danke schön. Hallo, moin moin. Darf man noch moin moin sagen jetzt um die Uhrzeit? Moin moin geht immer, ne? Genau. Also erstmal vielen Dank für die Einladung Andrea und an das Organisationskomitee an Thorsten und Carolin. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Für mich auch eine totale Überraschung irgendwie. Ich wurde gefragt von Andrea, ob ich da Lust drauf habe. Habe ich? Hatte ich, habe ich immer noch. Ich fühle mich total wohl mit dem Du, deswegen freue ich mich irgendwie, dass wir alle hier schon per Du sind. Ich bin der Harry. Ich bin, ich kann Passau noch toppen. Ich komme ursprünglich aus München. Ist noch jemand ursprünglich aus München? Keiner. Okay, da bin ich der Südlichste hier im Raum in Norddeutschland. Ich hatte eine Station irgendwie, war mal in Bornheim in Frankfurt für zweimal irgendwie drei Jahre und ich bin jetzt in Hamburg schon länger in Barenfeld. Ich bin 43 Jahre. Ich habe drei großartige Kinder. Einen 15-jährigen Sohn und meiner Frau, die auch da ist. Hallo, ich liebe dich. Noch zwei wunderbare Töchter, die sind acht und neun Jahre alt und ähm. Da ist es wieder. Wir Werber übertreiben immer gerne. Und eins sage ich vorweg, ich bin nicht bekannt dafür, dass ich Zeit wieder reinhole. Ja, also mit so Präsentationen. Also nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Sieben und acht, ne? Alles klar. Genau. Ich liebe Schokolade. Ich liebe Wandern und ich bin eigentlich immer mit dem Fahrrad da. Aber darum geht es heute nicht, nur dass ihr ein bisschen über mich Bescheid wisst. Ich bin seit 23 Jahren in der Werbung und seit zehn Jahren habe ich zusammen mit einem Partner eine Digitalagentur oder Werbeagentur oder Kreativagentur, wie wir sagen. Digital sagt man gar nicht mehr bei uns. Das ist ein bisschen zu begrenzend. Wir machen Werbung. Ja, so ganz banal, aber eben im digitalen Raum. Früher war das sehr einfach. Jetzt mittlerweile ist es in der digitalen Welt viel granularer geworden. Wir, jetzt mache ich mal Werbung für unseren Laden. Wir nennen uns die Agentur für die Brand Now World. Da will ich gar nicht so lange darauf eingehen, aber in einer global vernetzten Welt seit 20 Jahren global vernetzt. Themen können von überall kommen. Südkorea hat immer noch das meistgeklickte Video mit dem Gangnam Style auf YouTube. Hätte es früher nicht gegeben. Also eine global vernetzte Welt mit dieser Sofortness, wie wir immer sagen wollen. Also der Erwartungshaltung, dass alles sofort passieren muss. Außer es hat einen großen, hohen Wert für mich. Dann kann ich da etwas länger drauf warten. Aber nichts ist schlimmer für viele als so ein Ladebalken. Und wir leben in einer Welt, wo sich vor allem junge Menschen über Marken auch darstellen und veräußern. Es gibt eine Vielfalt an Marken und da helfen wir eben diesen Marken dabei, in dieser sich ständig wandelnden digitalen Welt eine klare Positionierung zu finden, wo sie auch Teil sind dieser Welt und interagieren und eben in dieser digitalen Welt Kundenbeziehungen zu pflegen. Wir sind so 28 Talente, 50-50. Mann, Frau, ganz tolle Crew. Bin ich sehr dankbar irgendwie, dass ich mit denen zusammenarbeiten darf? Wir sind in zwei Standorten in München, meiner alten Heimat und Hamburg. Und wir haben natürlich auch so Glaubenssätze. Wir glauben ans Träumen oder die große Vision, weil die uns den Weg weist. Ich träume zum Beispiel von der autofreien Stadt. Einen kleinen Traum gibt es davon schon in Ottensen jetzt hier realisiert. Finde ich großartig. Wir glauben aber auch an das Vorreiten, weil wir nicht nur Visionäre sind und nicht nur Strategie machen, sondern eben auch Vorreiten. Das erfordert aber auch Mut, Mut von unseren Kunden. Wir glauben aber eben auch an das Querdenken, wenn man mal irgendwie an so eine Barriere kommt, muss man einfach mal das Kroko auf den Trecker setzen, warum auch immer, aber man kommt durch. Und wir glauben an die partnerschaftliche, kollaborative Zusammenarbeit, vor allem auch mit unseren Kunden. Deswegen ist da auch kein Hund, sondern eine Katze. Wenn man uns liebstreichelt, dann schnurren wir und dienen gerne vielleicht auch mal. Wenn man uns aber schlecht behandelt, dann kratzen wir auch. Und dann beenden wir auch Partnerschaften mit unseren Kunden. Unsere Labello und 8x4 und Hydrofugal arbeiten. Für das schöne Reiseland Deutschland arbeiten wir. Für Kalkow, größer Fahrradhersteller. Jetzt ist aber Schluss mit Werbung. So, jetzt nehme ich noch einen Schluck Wasser. Konflikt und Dialog aus Sicht einer Digitalagentur ist total spannend. Habe ich kurz drüber nachgedacht und habe dann überlegt, okay, es geht jetzt nicht darum, was ich so den lieben langen Tag an Konflikten und Dialogen mit meinen Mitarbeitern oder mit mir selbst habe. Es geht auch nicht darum, was mein Team so macht. Das habe ich euch jetzt genug erzählt. Sondern es geht um den bei uns richtigen Fachterminus für einen aus dem Ruder gelaufenen Konflikt-Dialog, nämlich den Shitstorm. Der Shitstorm. Wisst ihr, wie man einen sehr, sehr heftigen Shitstorm nennt? Ganz einfach. Mega Shitstorm. Mega Shitstorm. Und da kann man sich durchaus auch mal abmelden. Also Influencer melden sich ab. Das trifft auch zum Teil Politiker, wie wir irgendwie kennen von Robert Habeck. Der hat sich dann irgendwie wegen einem Shitstorm auch abgemeldet. Ich will das auch nicht irgendwie zu witzig machen, weil wenn so ein Shitstorm richtig, richtig heftig wird und einen persönlich trifft, dann gibt es noch die Steigerung. Das nennt sich dann Hatestorm. Und das kann persönlich ziemlich heftig sein. Ein Kollege von mir hat das erwischt. Der ist auch Werbetexter. Der hat dann irgendwie einfach mal darauf hingewiesen, dass man so Blacklisten machen kann für dieses, das ist die Dynamik der Technik im Internet, dass man einfach so Banner überall hinschickt, wo halt gerade mein Kaufpublikum sitzt. Dadurch entstehen plötzlich irgendwie so Sachen, dass dann bei so Breitbart Mercedes-Benz wirbt. Das wussten die nicht. Das kann man Blacklisten. Dann kann man sagen, auf bestimmten Seiten will ich nicht, dass meine Werbung ausgeliefert wird. Darauf hat mein Kollege hingewiesen und er hat einen massiven Hatestorm bekommen von der rechten Trollgruppierung. Das hat ihn ziemlich beeindruckt. Aber jetzt hat er sich gewährt, hat eine Firma, beziehungsweise eine Plattform gegründet. Also wen es persönlich mal trifft oder jemand, der weiß, dass jemand mal einen persönlichen Hatestorm hatte, kann man sich auch bei HateAid melden. Das ist eine Plattform. Da kann man auch Spenden abgeben. Den feature ich hier gerade mal. Die haben auch gerade das mit der Frau Künast. Frau Künast, die hat ja auch gerade irgendwie eine gerade Auseinandersetzung irgendwie, ob sie im Internet Schlampe genannt werden darf. Das Gericht hat jetzt in der ersten Instanz gesagt, das ist jetzt erstmal keine Beleidigung. Lass ich jetzt mal so stehen. Also ich will das nicht so sehr in Spaß ziehen, aber ich finde, man muss da nochmal genauer hingucken. Weil wer sind denn diese Hater, die diesen Hatestorm machen? Ja, wer sind denn das? Früher haben wir die mal, da hatten wir einen Namen dafür. Das ist ja nicht neu, das Thema. Wir haben immer gesagt, Achtung, Trolle. Trolle so aus der schönen Wunderwelt von Herr der Ringe. Kennt man ja, sehen hässlich aus. Und Trolle sind einfach Menschen, die einfach riesen Spaß daran haben, zu provozieren erstmal. Und das, früher haben wir gesagt, Trolle sollte man nicht füttern. Also sprich, nicht so sehr auf diese Trolle eingehen und irgendwie da dann zurückschreiben, weil die Dynamik des Internets ist da auch wieder, je mehr ich darauf reagiere auf so einen Trollkommentar, desto mehr spülst solche Kommentare hoch. Das ist ein bisschen wie Scheiße. Scheiße schwimmt dann auch oben. Und das sieht man dann leider irgendwie auch bei diesen Kommentaren. Wenn man so einen Hate-Kommentar hat und der wird viel kommentiert, dann spülst den nach oben. Das ist das, was wir im Internet leider auch beobachten gerade. Ich sage aber, oder wir auch in der Firma, don't panic. Kennen wir irgendwie von Herr Anhalter durch die Galaxie. Keine Panik, weil vielleicht ist dieser Troll ja nur die dunkle Seite der Ingeborg. Kann ja sein. Vielleicht ist es ja gar kein böser Mensch. Von daher ist es immer ganz gut, genau hinzugucken, was ist denn das jetzt hier für ein Troll, der mir da begegnet. Ist es ein Witzbold oder ist es ein Bot aus Russland oder aus weiß ich Botschaft. Mit allen drei kann man Spaß haben. Wichtig ist dabei nur Haltung. Welche Haltung habe ich? Und da ich ja quasi hier als Werber nicht irgendwie es mir um mich geht, also da wie gesagt bitte Hate-Aid anrufen, sondern eine Haltung als Firma zu haben, als Marke, als Produkt. Und das ist machbar. Man kann als Produkt, als Marke, kann man sich überlegen, was ist meine Haltung in dieser ständig diskutierten Welt. Also früher haben wir Werber eben immer so Botschaften gemacht, jetzt werden unsere Botschaften in den Dialog übergeführt. Wir unterhalten uns eben mit unseren Konsumenten. Wichtig ist dabei natürlich auch, will ich gar nicht so weit darüber hinaus reingehen, mit wem sprechen wir denn da? Also in dem ersten Step, mit welchen Kunden unterhalten wir uns eigentlich? Also wer sind die, mit denen wir sprechen wollen? Wenn dann die Trolle kommen oder die bösen Menschen, dann kommen die da rein, aber mit wem sprechen wir eigentlich? Das heißt, wir analysieren intensiv auch psychografische, demografische Informationen über unsere Kunden. Wir nehmen da auch die Big Five zum Beispiel als Psychografie, Lymbic Types. Also wir sind da schon relativ weit auch verstehen zu wollen, mit wem wir da sprechen, wem wir auch das Produkt irgendwie da anbieten. Es geht ja um Werbung immer noch. Was uns dabei auch hilft, vor allem in der Weiterführung aus dieser Haltung, ist sich zu eben, was ist unser Brandcharacter? Also was ist unsere Persönlichkeit? Wir haben, glaube ich, auch auf einem dieser Charts. Wofür stehen wir? Wofür stehen wir auch ein? Also wofür gehen wir dann auch mal auf die Straße? Das ist nicht jedes Thema und man kann sich da nicht überrannt linken, aber Labello, ich mache mal ein ganz blödes Beispiel. Ja, Labello ist für die Lippen da und da haben wir gesagt, das ist schön zum Küssen und zum Sprechen und wenn irgendein Staat auf dieser Welt mal Küssen verbietet, dann müssen wir aufstehen. Ja, also weil es geht hier um die Lippen. Es hört sich ein bisschen übertrieben an, aber es hilft irgendwie für eine Positionierung natürlich dann auch, wie ist unser Sprech? Also wie unterhalten wir uns? Weil wir haben ja meist ein großes Team an Menschen, die auch da mitarbeiten, also müssen wir uns einigen darauf, wie sprechen wir. Sprechen wir mit einer rotzigen Berliner Schnauze, arriviert oder sprechen wir einfach so persönlich direkt? Was ist unser Style und was uns auch immer hilft, ist so ein Drehbuch für unsere Welt uns zu überlegen. Also wenn wir jetzt mal alle Macht hätten, das ist so ein kleines Kreativspiel, was wir machen. Wie würden wir denn die Welt gestalten? Es sind aber keine Weltherrschaftsfantasien, sondern einfach nur, was ist unsere Agenda, was ist unsere, was sind auch unsere Themen und Spielfelder? Also auf welchen Themen und Spielfeldern wollen wir agieren, was sind unsere Themen? Ich habe euch mal einen aktuellen Fall mitgebracht, weil das tatsächlich so ein bisschen Coincidenz war. Ich wollte euch zwei, drei andere Fälle mitbringen, irgendwie von anderen Marken. Wir haben jetzt dieses Jahr irgendwie mit Beiersdorf zusammen 8x4 komplett gelauncht und wir hatten dann plötzlich einen Hatestorm. Das hat uns überrascht. Das ist übrigens der Theo. Wir haben irgendwie in dieser Kampagne 8x4 dahin positioniert, dass uns wichtig war, dass wir mit Leuten sprechen, die sich nicht stoppen lassen. Don't stop yourself. Auch egal wie dann die Wirklichkeiten des Lebens sind und schon gar nicht von Schweiß. Also da ist sozusagen der Link zum Produkt. Wir haben einen mit Narben, Verbrennungsnarben, übersättes Model, einen in der Skater-Community, einen Dance-Skate-Frau als Testimonials gehabt und den Theo, der einfach ein Junge ist, der sich schminkt und den Film zeige ich euch mal. Ich bin Theo und ich liebe Make-up. Schminken ist für mich vor allem ein Ausdruck meiner Persönlichkeit und meines Charakters. Also ich habe schon im Kindergarten angefangen und das war eigentlich meine erste Erfahrung mit Make-up. Als Kind habe ich noch nicht gemerkt, dass es ungewöhnlich wäre, als Junge geschminkt aus dem Haus zu gehen. Als ich älter wurde, hat sich das aber geändert. Viele Blicke in der U-Bahn, viele Blicke auf der Straße und auch ein paar Kommentare. Also ich würde sagen, in Bayern ist es eher was für Fortgeschrittene, sich als Junge zu schminken. Mit 17 habe ich dann durch andere YouTuber den Mut gefasst, mich nicht mehr zu verstecken. Ich will ja niemanden provozieren. Ich will mich einfach nur schminken. Warum nicht einfach mal über Klischees hinausdenken? Ich bin nur ein Junge, der sich schminkt. Punkt. So einfach ist es. Ich bin Theo. I'm number four. Nothing can stop me. So, einfach ein Stück Werbung. Mit dem Theo-Klasse-Typ, der schminkt sich halt. Und dann uns hat es wieder überrascht. Wirklich, uns hat es einfach überrascht. Wir hatten zwar irgendwie uns eine Haltung überlegt, wir hatten uns ein Drehbuch überlegt, wir hatten ein Playbook aufgesetzt und dann ging es plötzlich los und zwar nicht mit den anderen beiden Kollegen, sondern mit Theo, mit einem homophoben, einem homophoben, ich kann das gar nicht aussprechen, dieses schreckliche Wort, homophoben Hatestorm. Das fing dann so an mit, ab heute wird 8x4 von mir in meiner Familie boykottiert. Habe ich noch einen dabei? Ja, wir leben in der Endzeit. So. Das ist natürlich für eine Firma wie Biosoft total heftig. Die sind eher konservativ konstituiert. Und da kriegt man natürlich mit der Angst zu tun, ob irgendwie dieser Relaunch noch irgendwie funktioniert und was da jetzt passiert. Was haben wir natürlich gesagt? Also, der Kunde war sehr aufgeregt. Wir so, don't panic. Lass erst mal kurz nachdenken. Also einmal kurz so ein bisschen nachdenken und dann kamen wir auf ein unfassbar geniales Bild, mit dem wir das auch dann irgendwie auch allen im Konzern sagen konnten. Es funktioniert immer eine Fußballanalogie, weil Surfen auf dem Shitstorm kam ja nicht gut an. Wir haben dann gesagt, komm Leute, das ist ein Elfmeter und der Torwart sitzt in der Ecke. Den müssen wir reinmachen. Seid mutig, den müssen wir reinmachen. Und unser Kunde war natürlich dann so mutig, hat aber uns gefragt, okay, gibt es da Beispiele? Gibt es da Beispiele von anderen Firmen, die da schon mal sowas gemacht haben? Ja, gibt es. Wir haben dann irgendwie geguckt, gerade so im Homophobie-Sektor hatte McFit ein Posting einfach nur rausgebracht. Das ging total durch die Decke. Die Leute haben gehatet, was das Zeug hält und natürlich gesagt, wir steigen aus. Bei McFit trainiere ich nicht mehr. Da wird man ja homosexuell dabei. Am Ende ein Volltreffer für die Werber, die das irgendwie kreiert haben. Natürlich provokant, Shitstorm, aber Marketing war wirkungsvoll. Auch in den Zahlen gab es keine Einbrüche. Vielleicht hat man sich einfach nur mal richtig positioniert. Oder auch Gillette, die haben einfach mal, früher hatten die ja den Spot für das Beste im Mann. Kennen wir noch, ne? Also dieses alte Männerbild dieser unfassbar potenten Supermännerhelden. Und die haben einen Spot jetzt rausgebracht, der dieses Männer-Image einfach mal angreift. Lohnt sich total anzugucken. Aber es gab natürlich auch von Männern die Angst, dass ihnen alles genommen wird. Obwohl sogar Grillfleisch da angeboten wurde. In dem Spot. Entschuldigung, ein paar Klischees müssen sein. Aber am Ende, es war ein Shitstorm mit Ansage. Die haben ganz klar verstanden, dass sie mit diesem alten Männerbild überhaupt nicht mehr klarkommen. Auch nicht bei den Konsumenten. Also haben sie das einfach mal provokant irgendwie gesagt, was auch ein modernes Männerbild ist. Dass es viele Grauzonen, viele Facetten hat. Dass wir uns auch nicht in Schubladen stecken lassen. Es gab einen wunderbaren Shitstorm und den hat man wunderbar kommuniziert. Und man hat eine herrliche PR-Geschichte darüber erzählen können. Und ein Beispiel will ich auch noch mitbringen. Also wenn ihr mal richtig Spaß habt an der BVG. Also ich lese es mal vor. Hallo BVG, warum kommt der Hurdensohn-Bus nicht? Wenn der Hurdensohn-Bus nicht kommt, darfst du ausnahmsweise auch den ganz normalen steigen. So. Und was sich wirklich lohnt, ist der Twitter-Account von der BVG, was der öffentliche Nahverkehr in Berlin, was der für eine Schnauze haben darf. Also diesen Berliner Sprech, es ist köstlich. Also es ist wirklich herrlich. Das nur als ein Beispiel lohnt sich. Wirklich bei Twitter reingucken. Die behandeln jeden individuell und persönlich. Und das fanden wir super, weil wir dann nämlich gesagt haben, das machen wir auch. Wir wollen auch, weil wir sind ja ein Personalized Deodorant. Also wir wollen ja ein Deo für jeden haben, der ein individuelles Schweißproblem hat. Und zwar mag ich mehr oder weniger duften, möchte ich weniger transpirieren. Also war es Personalized Protection. Also haben wir uns gedacht, als Lösung und dann ist auch Bias sofort mitgegangen, okay, wir beschäftigen uns mit jedem Problem, was da kommuniziert wird, persönlich. Und den Texter von der BVG, den kennen wir auch. Buddy von uns. Also war dann hier die Antwort. Schöne Grüße an deine Mitfahrer in Bus und Bahn. Wir wünschen euch starke Nasen. Oder auf Tschüss Westen. Nett dich kennengelernt zu haben. Trägst du dann jetzt nur noch Jacken? Okay, da ist ein bisschen übertragen. Aber auch hier, ich heiße Theo. Ich gehe dann mal mich umbenennen. Und dann, hi, auch Theo. Dein Bild ist ein wenig dunkel, fast unterbelichtet. Also wir haben sanft die Boxhandschuhe angezogen und auch uns vor Theo gestellt, den wir auch kennengelernt haben. Der hat auch fleißig mitgeschrieben. Und auf die Endzeit hatten wir noch... Ups. Also, oh Gott, wir leben in der Endzeit. Wie ist es denn da so? Wir leben in Hamburg. Theo hat sich beömmelt. Gleich als nächsten Kommentar Theo drunter geschrieben. Hat es natürlich gefeiert mit seiner Community. Und netterweise hat irgendjemand, also wir haben das nicht gesteuert, dass jetzt nicht irgendwie einer von uns gesagt, was wirklich das Problem ist. Nämlich nicht ein Junge, der sich schminkt, weil das machen nämlich die Leute auch an Fasching, sondern eben die Klimakrise. So, abschließende Worte. Ich will euch nicht dazu anstiften, als Marke immer jetzt einen Streit anzuzetteln. Aber ich fand vorhin das FKK ganz cool. Freundlich konstruktiver Konfliktkultur, glaube ich, war das. Das habe ich mitgenommen. FKK kann nicht mehr merken. Und ich glaube, momentan ist alles so in Bewegung. Also durch die digitale Technik, durch die Immerverfügbarkeit jeglicher Kommunikation ist alles in Bewegung geraten. Also man merkt es in der Politik. Die können sich gegenüber so einem Angriff, die Zerstörung der CSU von dem einen Influencer, können die sich gar nicht mehr wehren, außer mit einem PDF. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Dann gibt es ein paar nette Versuche von jüngeren Politikern, das auch in einem Videoantwort zu begegnen. Ich will mich da auch gar nicht jetzt drüber lächerlich machen. Aber es wird gerade alles neu verhandelt. Und das merke ich irgendwie, wenn man gestern auf die Demo geht. Das merke ist da nicht, machen wir da mit oder nicht, sondern ich glaube, die Frage ist, wie machen wir mit? Und auch als Magen kann man sich da nicht rausziehen. Also ansonsten überlassen wir den Raum den anderen. Und ich kann eben durch diese kleinen Beispiele eigentlich nur einladen dazu, mitzureden, auch zu lernen. Immer wieder wird man da auch einen Fehler machen und auch mitzumachen. Weil das macht Spaß. Das ist ein lustiger Dialog. Und natürlich gibt es auch irgendwie Dialoge, die sind kritisch. Die kann man dann auch nochmal irgendwie nach rechts irgendwie schieben. Aber bei solchen Dialogen kann man einfach mit einer gewissen Haltung, mit der richtigen Haltung, mit der eigenen Haltung mitreden, lernen und machen. Vielen Dank. Vielen Dank.